RatgeberGeld.at, die Zukunft des Tradings beginnt hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Marktbericht hier bei RatgeberGeld.at am Montag, den 4. Dezember 2023. Ja, vorige Woche sind wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen, dass wir zumindest einen Pullback hier in Richtung des EMA20 bekommen dürften. Dem war aber nicht so. Der Markt hat insgesamt 0,8% weiter zugelegt. Nichts wirklich weltbewegendes. Aber gleichzeitig haben wir natürlich laufende Positionen und wir sind nach wie vor derzeit mit fast 80% im Gesamtmarkt investiert. So viel zu dem, was man sich grundsätzlich erwartet und zu dem, was man wirklich tut. Denn wenn man etwas in Sachen Trading lernt, dann ist es die Tatsache, dass man nie das traden sollte, was man erwartet, sondern nie man das traden sollte, was man sieht. Das, was wir sehen, ist weiterhin eine sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung. Aber ja, der Markt ist weiterhin sehr stark übergekauft. Wir haben mittlerweile einen Abstand zum 50er von 5,5%. Bei der letzten Wende hatten wir einen Abstand von 5,2%. Hier hatten wir einen Abstand von 6,4%. Bedeutet also, wir sehen, ja, da könnte theoretisch sogar noch ein bisschen was dazukommen. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf einem sehr, sehr wichtigen Inflection Point. Wir haben uns dem Hoch von 2023 genähert. Das letzte Mal, als wir versucht haben, diese Ebene zu durchbrechen, hatten wir auch so eine euphorische Phase. Da sind wir hier von ziemlich demselben Level aus gestartet, hatten dann ein Plus-Indizes von 11%, um danach komplett wegzubrechen. Also natürlich genau das, was wir hier nicht haben wollen. Aber wie gesagt, diese Rallye von Mai, Juni, die startete circa auf dem gleichen Level wie hier, endete dann hier oben auf diesen Punkt. Und wir kommen halt auch relativ steil zu diesem Punkt. Das heißt, unabhängig davon, dass ich mir weiterhin erwarte, dass wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Korrektur in Richtung 20er bekommen, Das ist das nächste, worauf ich jetzt achten werde. Sprich, brechen wir über 4.600 aus, bleiben wir bei 4.600, wäre es natürlich ein sehr, sehr starkes Zeichen weiterhin vom Gesamtmarkt. Sollten wir über 4.600 klettern und darunter brechen, dann wäre es natürlich ein beschämendes Zeichen für den Gesamtmarkt. Und das könnte dann vielleicht die Korrektur dann auslösen, die dringend notwendig ist. Denn je länger keine Korrektur kommt und der Markt einfach ohne Korrektur steigt, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir wahrscheinlich dann nicht nur eine Korrektur in Richtung 20 Tage Durchschnitt bekommen, sondern dann womöglich vielleicht sogar eine Korrektur in Richtung 50 Tage Durchschnitt. Das ist das größere Problem, als ich momentan sehe, wenn der Markt eben keine Korrektur macht. Nasdaq selber hat im Laufe der folgenden Woche nichts zugelegt. Da sind wir mehr oder weniger auf den Ständen fast geblieben. Aber wir hatten einen Index als ganz, ganz großen Favoriten und darum sind wir S&P 500 Index Short gegangen und Russell 2000 Long. Und welcher Index hat er am meisten gemacht? Darum geht es eher mehr. Was macht man dann wirklich? Der Russell hat fast 4% am Wert zugelegt, hat am Freitag mega abgehoben und hat natürlich sehr, sehr viele Small Caps mit nach oben gerissen. Da haben wir natürlich sehr, sehr viele Werte auch aus dem Bereich Solar, Biotechnologie und so weiter und so weiter. Aber wie auch immer, dieser Trade ist vollkommen aufgegangen. Spy Short, Russell Long bringt derzeit nach wie vor sehr, sehr, sehr viel Geld ein. Und nächste Zielzone für den Russell ist meines Erachtens jetzt hier oben 196. Also ich habe aktuell absolut keinen Stress, diese Position weiter zu behalten, wenn wir uns die letzten zwei Aufwärtsbewegungen anschauen. Da hatten wir einmal hier die Aufwärtsbewegung, Julio Vergus, war ständig über den EMA 9, bis wir den EMA 9 gerissen haben. Das war der Exit Point. Dann hatten wir die zweite Rallye-Bewegung, ständig bis auf diesen einen einzigen Tag über den EMA 9, bis wir den gerissen haben. Das heißt, der Trail Stop für diesen Trade wird größtenteils der EMA 9 sein. Dass ich jetzt natürlich auch schon hier meinen Stop von diesem unteren Niveau auf 178 nachziehe, ist vollkommen klar. Und jetzt heißt es einfach mal Gewinne laufen lassen, auch wenn wir, wie gesagt, eine Korrektur im Gesamtmarkt erwarten. Aber dieser Trade, absolut fantastico. Andere Märkte, Gold, sind wir auch mittendrin, statt nur dabei. Ich bin zwar Gold selber hauptsächlich physisch long. Gold haben wir getradet in Form von Gold-Aktien und das waren neben den Silber-Aktien auch in der vorigen Woche die Top 3 Gewinner des Marktes. Wir sind nach wie vor in einer der stärksten Gold-Aktien vertreten. Die zweite, die ich immer wieder auch erwähnt habe und gesagt habe, Leute, das könnte es sein. Das ist Eldorado-Gold. Das Teilchen ist absolut crazy. Vor allem, wenn man bedenkt, da unten war ein super Kaufsignal mit einem Risiko von gerade mal 3%. Und aus diesem Kaufsignal von 3% wurde mittlerweile ein Gewinn von fast 30%. Phänomenale Performance, phänomenaler Run in Richtung Norden. Und ja, Congrats an alle, die in Richtung Gold-Aktien und Gold ein bisschen was mitgemacht haben. Sehr, sehr schöner Run. Und wie gesagt, Gold, ich sehe momentan geradeaus erst den Breakout aus der Weekly-Ebene. Wir hatten jetzt den ersten Impuls nach oben. Jetzt sind wir mitten im zweiten Impuls. Vielleicht kommt dann sogar noch ein dritter. Also vorläufiges Kursziel einmal für diesen Impuls zu 197, 198. Und nach einer kleinen Zwischenkorrektur könnte eventuell vielleicht sogar ein dritter kommen. Das heißt, sehe ich hier durchaus noch weiteres Aufwärtspotenzial. Silber ist ausgebrochen nach oben, ist natürlich der volatilere oder das volatilere Edelmetall von beiden. Aber so oder so, solange wir über den 29er bleiben, sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung. Jetzt aktuell möchte man natürlich noch so vielen Tagen ab nicht mehr unbedingt einsteigen. Aber wie gesagt, von Anfang an hier von diesem Break nach oben erwischt hat, Congrats. Ölpreis war ich nicht wirklich der Fan davon. Viele haben dann noch, glaube ich, am Mittwoch war es oder so, Ölpreis geht wieder in Richtung 80. Und mein Kommentar dazu war, aufpassen, 80 ist Widerstand. Wir sind da auch unter dem fallenden 50er. Wir haben nach wie vor einen intakten Abwärtstrend. Und wie wichtig Trends sind und Bewegungen sind, das sehen wir auch aktuell am Aktienmarkt. Das heißt, Trends hatten nun mal länger, als dass sie gebrochen werden. Und ob das dann Sinn macht oder nicht Sinn macht, das interessiert Mutterbörse absolut nicht. Und momentan gehen auch die Aktienmärkte schnurschnachs in Richtung Norden. Macht das Sinn wirtschaftlich? Hey, who cares? Es geht einfach nach oben. Die Zinsen am langen Ende fallen und darum geht es. Und wir haben einen Trend nach oben. Den Trend sollte man nie fighten. Und auch wie gesagt, wenn man sich eine Korrektur erwartet, nie fighten. Nie einfach short gehen und sagen, hey, jetzt muss der Markt fallen. Das ist definitiv der falsche Ansatz. Man tradet quasi mit dem Markt. So wie auch hier beim Ölpreis. Am Donnerstag, Freitag gab es die nächste Klatsche in Richtung Süden. Neulich ist Verkaufssignal. Und somit nähern wir uns schon langsam diesem möglichen Kursziel im Bereich. Vielleicht von 65 US-Dollar je Barrel. Also mich persönlich würde es nicht wundern. Euro zum US-Dollar habe ich noch eine halbe Position long, um mein Portfolio zu hedgen. Sprich abzusichern. Sehr spannender Inflection Point hier. Das heißt zwischen 1,083 und 1,087. Das ist die 20-Tage-Linie. Da wird es sich jetzt entscheiden. Kann durchaus sein, dass wir jetzt vielleicht so eine Konsolidierung machen. So wie hier. Aber wie auch immer, wenn wir so eine Konsolidierung machen und den EMA20 brechen, werde ich dann wahrscheinlich diese Hedgeposition auflösen. Weil EMA20 war von Anfang an meinen Trailstop und wird es auch weiterhin bleiben. Und wenn wir dann aus der Konsolidierung oben ausbrechen, würde ich dann den Hedge letzten Endes dann wieder. Erneut beginnen. Also das wird sich noch zeigen, ob Euro zum US-Dollar long hier um eine Dollargewinne zu schützen. Weiterhin hier long bleibt oder nicht. We will see. Die Zinsen am langen Ende und das ist auch einer der Hauptmitgründe, warum die Börsen nach wie vor so stark steigen, so schön steigen. Zinsen am langen Ende sehr, sehr, sehr nahe ist. 9er nach unten, 20er nach unten. Wir sind jetzt von 5% auf 4,2% gefallen. Und du hast es möglich, dass wir wieder in diese Area hier zurückkommen, zwischen 3,2% und 4%, aber auf alle Fälle sehr wichtig für uns, die Zinsen fallen. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum die TLTs nach oben gehen. Und da sind wir nach wie vor long and strong. Bereits hier unten haben wir das öfteren gesagt, Leute, unser Trailstop wird der EMA9 werden. Und wo lauft der TLT die ganze Zeit entlang? Wie am Schnürchen gezogen am EMA9. Sehr, sehr schöner Trade hier. Und mein neuer Stop für die TLTs ist knapp unter 91. Darunter lasse ich die natürlich nicht mehr fallen. Teilgewinne habe ich bereits mitgenommen. Und auch hier Trends halten länger, als dass sie gebrochen werden. Es gibt keine Grund momentan rauszugehen. Nur weil wir jetzt insgesamt schon seit Oktober in den Anleihen 13% am Wert zugelegt haben. Noob einfach laufen lassen, solange der Trend läuft. Teilgewinne haben wir ohnehin schon mitgenommen. Rest entscheidet Mr. Market, wie lange wir drinnen bleiben. Momentan, wie gesagt, Stop hier bei 91. Ja, absolut perfetto. Rest vom Schützenfest. Das haben wir noch im Portfolio. Infa, da habe ich meinen Trailstop als EMA9 hier gekauft. Hier Stop gesetzt. Super kleines Risiko. Trade läuft, 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 läuft. Ich hatte die Möglichkeit auf Pyramidisierung. Nur in der aktuellen Marktphase, wo der Markt so überkauft ist, möchte ich nicht Pyramidisieren. Schon gar nicht im Bereich Tech-Werte. Auch wenn da natürlich viele Werte auch mit Pyramidisierung sehr gut weitergelaufen sind. PGR habe ich meinen Stop nachgezogen auf knapp unter 162. Da habe ich schon pyramidisiert. Dieser Trade ist sehr, sehr gut im Laufen. Ja, und alles über 162 bleibt drinnen. Alles unter 162 heißt Gewinne mitnehmen. Markt entscheidet's. Arch war systematisch ein unglaublich geiler Trade, muss man auch dazu sagen. Hier aufgebaut beim Break mit sehr engen Stop. Hier hatte ich die Chance am Donnerstag zu Pyramidisieren. Habe es dann um einen Dollar nicht geschafft, beziehungsweise zu spät gesehen. Hat mich ein bisschen geärgert. Wollte die aktuelle Position verdoppeln. Hätte mir dann auch weitere 5% gebracht. Aber ich bin auch damit zufrieden, dass ich nach wie vor in diesem Trade drinnen bin. EMA9 ist mein Trail hier aktuell in dieser Aktie. Und ja, das war der letzte Impuls hier in Richtung Raden. Und wenn sich dieser Impuls wiederholt, sind wir vielleicht so auf 180 bis 190. Das könnte so ein Target nach oben werden. Das würde dann bedeuten, dass dieser Trade dann insgesamt gute weitere 20% hier bringt. VST war ein sehr schöner Breakout-Pullback-Trade. Das ist eher etwas, was mir in der aktuellen Marktphase gefällt. Und das war wirklich ein, auch wenn es jetzt prozentual noch nicht wirklich viel aussieht. Das sind jetzt 3-4% von Donnerstag auf Freitag. Aber das war wieder mal vom Chance-Risiko-Verhältnis ein unglaublich starker Trade. Wir haben ja gerechnet mit diesem Pullback. Und diese Kerze hier, das war meine Kaufsignalkerze. Das war der Entry. Das war der Stop. 1%. Entry. Stop. Genau diese Kerze, die mir signalisiert hat, okay, der Boden könnte halten. Und von hier aus haben wir jetzt nette 3% gemacht. Und das ist gutes Trading. Es geht nicht darum, mache ich jetzt 30%, mache ich jetzt 10% oder mache ich 100%. Es ist immer eine Frage, wie viel Risiko bin ich eingegangen. Jetzt habe ich 3-mal so viel verdient, wie das, was ich ursprünglich riskiert habe. Und ich habe noch nicht einmal Teilgewinne mitgenommen. Das werde ich heute wahrscheinlich am Day-Free machen. Sprich mal ein Drittel meiner Gewinne vom Tisch nehmen. Vielleicht mit 4 oder 5 R. Und den Rest kann ich dann gemütlich weiterlaufen lassen. Das war meines Erachtens, auch wenn es prozentual jetzt noch nicht viel ist. Aber einer meiner besten Trades, auch im Laufe der folgenden Woche, diesen Trade habe ich natürlich auch ein bisschen übergewichtet. Weil das Risiko von Anfang an sehr, sehr klein war. Einzigen Trade, den ich aber dennoch entgegen meiner eigenen Regeln aufgebaut habe. Am Freitag war Airbnb. Setup war einfach zu schön. Das Volumen war zu stark. Wir sind ab 130 rein mit einem Stop unter Tagestief. Kabumm. Und die Aktie hat mega zugelegt. Was für ein Trade. Gleich einmal 4% am Day One. Sollte es hier einen 1-2-3 Pullback geben, werde ich die Position verdoppeln. Whatever. Sieht extrem stark aus. Große Igniting Bar, Power Candle. Alles, was man also hier zusammengewürfelt haben möchte, ist hier bei Airbnb dazugekommen. Wirklich ein unglaublich, unglaublich schöner Trade. Somit fällt Airbnb natürlich aus der Watchlist raus für neue Positionen. Wir haben sie schon im Portfolio. So, und der Rest vom Schützenfest, nochmals der Hinweis, jeder muss für sich selber entscheiden, ob er momentan in einer übergekauften Phase noch neue Positionen aufbauen möchte. Ich glaube, dass Airbnb eine der wenigen Ausnahmen war, wo ich noch was gemacht habe. Aber schauen wir uns trotzdem einmal die Watchlist durch. Wir haben eine AMD mit einem Pullback zum 20er. Könnte über dem Hof und Freitag mit einem Stop darunter. Recht interessant werden. Aus dem Biotech-Bereich gefällt mir BB-Bio bzw. Bratch-Bio derzeit extrem gut. Wunderschöne Base. Was noch nicht passiert ist, dass die Realität knapp nach oben ausgebrochene relative Stärke. Aber da ein Breakout über 31 ist mehr oder weniger fast aufgelegt. Sieht extrem gut aus. Booking. Für mich eigentlich die bessere Aktie als Airbnb. Aber da haben wir noch gute Chancen bei diesem Cup and Handle noch vielleicht nachher in der Marktkultur reinzugehen. Extrem schönes Setup. Dann haben wir eine CW, wo wir gesagt haben, okay, dieser Breakout darüber, den würden wir abwarten. Ich habe es am Freitag nicht gemacht. Einige von euch werden es gemacht haben. Kongress dazu schon einmal nette 2%. Nach diesem Breakout würde ich jetzt einmal den Stopp nicht nach unten setzen, sondern einen Stopp unter das Tief der Breakout-Kerze. Der Trade hat auch super funktioniert. Wie gesagt, meine Wahl war Airbnb. Hat auch mehr gemacht. Aber super, super schöner Feiner Breakout. Dementsprechend können wir CW von der Watchlist runternehmen. Garn ist eine von den kleinen Titanen, wo wir auf einen Move über 1,55, 1,56 warten. GDX Gold Aktien, warte ich auf einen Pullback zum EMA 9. Ila Lilly ist die Frage, ob sich diese Aktie noch bis nächste Woche wirklich in der Setup-Liste erhalten wird. Wir warten auf einen Move über 605. Sollten wir unter 5,75, 5,80 gehen, fliegt die Aktie von der Watchlist. Meta war eigentlich auf meiner Watchlist für einen Pullback in Richtung EMA 20. Ist aber deutlich darunter gebrochen. Ich würde sagen, einfach mal auf der B-Watchlist behalten. Momentan sehe ich hier nicht unbedingt den Knüller, dass man da unbedingt reingehen muss. Dann hatten wir die Hausbauunternehmen mit auf unserer Watchlist. M&I Homes nach oben ausgebrochen am Freitag. Achtet auf einen Pullback in Richtung der Breakout-Linie. Pulte Homes nach oben ausgebrochen am Freitag. Achtet auf einen Pullback in Richtung der Breakout-Linie. Extrem interessant dieser Sektor. Real. Aus dem Bereich Luxury Goods hatte ich so einen kleinen Failed Breakout. Jetzt sehen wir, dass sich dieser Breakout erneut so ein bisschen zusammenrafft. Ein Schuss nach oben über diese Linie würde der Aktie wahrscheinlich Potenzial geben. Relativ schnell in Richtung 92. Weekly Chart ist so lala. Da würde ich also eigentlich erst ab 92 sagen, dass es sehr interessant wird. Aber ist so ein kleiner Titan, der durchaus spekulativ das ein oder andere bringen kann. Für jeden, jemanden, der also ganz gerne mal zocken möchte oder so. Roku, warte ich auf einen Pullback zurück zur Breakout-Ebene. Ähnlich wie in Palo Alto, in STNI, in BRZI. Das sind ja alles diese Aktien, die wir mit an der Top 10 Watchlist haben. Aber das sind jetzt alles keine Breakout-Setups mehr, sondern es sind Pullback-Setups. Ähnlich wie bei Tesla. Da haben wir am Freitag diese 20er und 50er erneut getestet. Wer hier also ein bisschen was machen möchte. Ich würde sagen, über den Hof und Freitag könnte man klein rein mit einem Stopp darunter. Wenn diese Ebene hält, dann hat man hier einen guten ersten Entry. Und beim Breakout über 2,50 über die Widerstandslinie hätte man dann den Second Entry. Also sprich dann einfach die Position aufdoppeln. Sieht soweit gar nicht immer so schlecht aus. Ebenfalls ein neues Fundstück der Woche ist Twist Bioscience. Wunderschönes Cup & Handle mit ganz, ganz toller Konsolidierung. Breakout aus dieser Konsolidierung droben mit viel Volumen. Ist genau das, was wir suchen. Wir haben also auch hier sehr, sehr viel Handelsvolumen in Richtung Norden. Das heißt sehr, sehr viel Accumulation Volume, viel institutionelles Käuferverhalten. Und das spricht auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir sie hier in einem weiteren Break nach oben bekommen werden. Und dann haben wir noch UNH, wo wir auch diesen Breakout als einen der besten Breakouts im Laufe der folgenden Woche besprochen haben. Denn da haben wir auch einen Breakout, einen wunderschönen Breakout im Weekly Chart. Wir haben jetzt zwar dieses Hoch noch nicht gebrochen, aber hey, dieser Breakout kam mit so viel Volumen. Wir haben jetzt einen sehr schönen Pullback, meines Erachtens ein Geschenk. Und wenn man also hier noch reingeht mit einem Stop unter dem Tief der Kerze von Donnerstag, hat man ein super Low-Risk-Setup. Man hat gerade mal 2,5% in einer Aktie, die wohlmöglich gute 20% in den nächsten paar Wochen machen wird. Also United Health nach wie vor ein absoluter Top-Wert. Ja, so weit, so gut. Nicht vergessen auch, wir haben die Anmeldungen mittlerweile gestartet für die Trader Akademie 2024. Da findet ihr hier auf der Landingpage von der Akademieübersicht sehr, sehr viele Randinformationen, was sind die wichtigsten Inhalte. Es gibt auch einen kostenlosen Basisgrundkurs mit dabei und so weiter. Anmeldungen starten ab jetzt und insgesamt werde ich also wieder bis zu 40 Teilnehmer mitnehmen in der Trader Akademie im Jahr 2024. Und wie gesagt, die ersten 40, die sich anmelden, sind dann auf alle Fälle dabei. Bei Startpunkt dann Mitte Januar auch das ein oder andere recht nette Weihnachtsgeschenk, das man sich vielleicht unter den Baum legen kann. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns spätestens wieder ab 15 Uhr heute im Chat von Ratgebergeld.at.